Peace, Leute! Herzlich willkommen zu einem neuen Video! So, wir sind jetzt schon seit einigen Wochen in London und ich hab mir gedacht, dass es ganz cool wäre, mal darüber zu sprechen, was so die krassesten Unterschiede sind, die uns aufgefallen sind, zwischen zu Hause und hier. Ich glaub, dass es richtig witzig wäre, in, weiß ich nicht, so ein paar Monaten nochmal so ein Video zu machen, weil natürlich haben wir jetzt noch nicht alles gesehen, so, wir kennen erst so ein bisschen unsere Area und haben ein paar Leute kennengelernt und ich glaube, nach einem Jahr zum Beispiel, wird man noch ganz andere Sachen festgestellt haben, aber ich dachte, es ist einfach interessant zu sehen, was so obvious anders ist. Obviously anders ist. Da hatten wir auch schon den ersten Punkt. Die Sprache ist anders und die Währung ist anders und sie waren auf der anderen Seite der Straße. Gut, Captain, ob wir es dann zugeschlagen, dann können wir jetzt mit den richtigen Punkten anfangen. Let's go! Also, eine Sache, die wirklich, wirklich richtig cool hier ist, ist, dass alle Läden am Sonntag aufhaben. Das ist so geil, du kannst einfach deine Einkäufe am Sonntag machen. Janik, der ja momentan die Videos für mich schneidet, hat mit seiner Freundin zusammen auch ein Video gemacht, in dem sie Deutschland und Mexiko verglichen haben und da haben sie auch gesagt, dass in Mexiko die Stores am Sonntag auf sind. Und ich frage mich jetzt, ist Deutschland das einzige Scheißland, wo alle Läden am Sonntag geschlossen sind? Deutschland, was ist da los? Du musst mal ein bisschen nachziehen. In den Läden selber gibt's neben den Kassen, bei denen man sich anstellen kann, auch solche Self-Service-Points, wo du einfach hingehen kannst und dann selber deine Einkäufe so abscannst und bezahlst. Und das spart einfach so mega viel Zeit. Ich weiß nicht, ob es auch Läden in Deutschland gibt, bei denen es sowas schon gibt, aber ich hab sowas auf jeden Fall noch nicht gesehen. So gerade, wenn du zum Beispiel zu Stoßzeiten einkaufen gehen willst in Deutschland, sagen wir so 11 Uhr bei Edeka, dann hast du da 195.000 Uromas und Uropas. Ich will jetzt nicht lästern, aber die dann so mega tattrig dabei sind, so ihr Geld daraus zu suchen und die Person, die dann kassiert, 100 Stunden mit der beschäftigt ist. Da wünsche ich mir wirklich solche Self-Service-Points, wo du einfach hingehen kannst und deinen Scheiß selber machst und dann kannst du gehen, so weißt du? Okay, ich weiß nicht, ob eine Downside davon ist, dass du weniger Arbeitskräfte brauchst, weil du ja das machst, was sonst ein Kassierer machen würde. Keine Ahnung, hier in den Läden hab ich eher das Gefühl, dass die Leute sich dann um andere Sachen kümmern können, also dass die sich mehr um die Leute im Laden kümmern können, so. Flaschen haben hier keinen Pfand. I don't know why, aber es ist so. Ob das jetzt was Gutes ist oder nicht, weiß ich nicht. An sich ist Pfand ja schon ganz praktisch, weil die Sachen recycelt werden. Kann dabei sein, dass die Sachen hier auch recycelt werden. Neben diesen Self-Service-Points in den Läden, die ich sehr, sehr fortschrittlich finde, funktioniert auch das öffentliche Verkehrssystem hier ein bisschen anders. Nämlich ist das so, dass du eine Karte bekommst, und zwar die Oyster-Card. Das Coole daran ist, dass du diese Karte brauchst, um überhaupt in den Bus oder in die Tube reinzukommen. Denn da gibt's halt so Schranken und so einen Sensor, und du musst dann so piepen, und die sieht dann, wie viel Geld du noch auf der Karte hast, und bucht das automatisch ab. Das heißt, es gibt gar nicht die Möglichkeit, schwarz zu fahren, weil du nicht in die Tube reinkommst, ohne ein gültiges Ticket zu haben. Halt diese Karte. Und das finde ich sowas von mega fortschrittlich, weil du dann erstmal keine Angst haben musst, dass irgendein Officer kommt und dich erwischt beim Schwarzfahren. Du hast gar nicht die Versuchung. Hier ist einfach alles so viel geregelter. Das finde ich cool. Zugegeben, dafür ist es schon ein bisschen teurer. Und manchmal ist es auch ganz praktisch, schwarz fahren zu können. Ja, aber so generell finde ich, dass es eine sehr fortschrittliche und eine sehr coole Sache ist, das so zu regeln. Hier ist es so, dass du nichts kaufen kannst, was ab 18 ist, wenn du nicht älter als 25 aussiehst. Das ist mega komisch. Du bekommst es schon natürlich, wenn du ein ID hast und du über 18 bist, also deinen Personalausweis, dann kriegst du es schon. Aber wenn du den nicht dabei hast, obwohl du schon 22 bist, dann werden sie dich nicht fragen, weil du nicht aussiehst, als wärst du schon 18, sondern als wärst du unter 25. Wir hatten das an dem einen Tag wirklich, dass Mick und ich irgendwie Wein kaufen wollten oder so. Und er hatte sein Perso dabei, ich aber nicht, weil, keine Ahnung, ich hatte nicht mal mein Portemonnaie dabei. Und er wollte bezahlen, aber die Kassiererin ging davon aus, dass es für uns beide ist und hat den Wein nicht verkauft, obwohl ich 25 bin und er 28. Also hier nimmst du besser überall dein ID mit hin. Dafür, dass die Mieten so mega krass hoch sind, ich glaube, das ist ein Punkt, über den wir nicht diskutieren müssen, das weiß irgendwie jeder. Ist es aber so, dass du hier keine Krankenkasse bezahlst, weil die von den Steuern bezahlt wird. Das heißt, du kannst einfach zum Arzt gehen und musst dir darüber keine Gedanken machen. Das ist doch mega cool. Ich meine, es ist trotzdem noch so, dass man im Schnitt mehr bezahlt, weil die Mieten einfach so unnormal krass teuer sind. Trotzdem, weiß ich nicht, gleicht sich das irgendwo auch ein bisschen wieder aus, weil du halt nicht diese Last der monatlichen Krankenkasse zu bezahlen hast. Wo wir schon mal über Preise sprechen, obwohl London wirklich den Ruf hat, in allem überteuert zu sein, muss ich sagen, dass es so im Everyday Life, also wenn du so normale, keine Ahnung, so Lebensmittel und sowas ankaufst, dass es gar nicht so schlimm ist. Die Preise sind einfach unterschiedlich. Zum Beispiel lässt ich ja mega viel Salat und pack da ja mal Kichererbsen rein. Und in Deutschland kosten Kichererbsen so 1,20 Euro und hier kosten die so 40 Pens, was vielleicht, weiß ich nicht, 50 Cent sind oder so. Also das ist günstiger und ich habe das Gefühl, wenn wir einkaufen gehen, haben wir oft Sachen, die günstiger sind als in Deutschland. Es gibt aber ein paar Sachen, die so extrem teurer sind, also Wein zum Beispiel. Wow, warum rede ich so viel über Alkohol? Nee, aber bei uns gibt es so Billow-Wein für so 1,50 Euro und hier geht es so ab 6 Pfund oder so los. Also das ist einfach viel, viel, viel teurer als in Deutschland. Und auch so Haarstyling-Produkte. Ich benutze immer so ein Haarpuder. Das kostet so in Deutschland 2, 3 Euro und hier kostet es einfach 4,50 Euro. Und ich bin so, what the fuck? Alter, es gibt eine Grenze, okay? Oh ja, uns ist wirklich aufgefallen, dass dieses Land mega, mega dog-friendly ist. Es ist einfach alles so ein bisschen anders geregelt. Hier hast du wenig freie Grünflächen, zumindest nicht in Kensington, wo wir jetzt wohnen. Vielleicht ist das in anderen Stadtteilen auch anders. Aber du hast halt nur diese riesigen Parks, die aber dafür so umzäunt sind. Das heißt, du kannst nicht den ganzen Tag da rein. Aber sie sind einfach riesengroß und die Hunde dürfen da überall frei laufen. Das klingt erstmal so, als wäre man eingeschränkt da. Aber so in der Praxis ist es, glaube ich, für Ivy einfach viel, viel cooler. So in Potsdam, wo wir waren, da hattest du richtig wenig Bereiche, wo du die Hunde von alleine lassen durftest. Und dann waren auch immer andere Leute da, die das nicht so gern gesehen haben, wenn Hunde da rumgelaufen sind und so. Und das ist schon viel, viel stressiger als hier. Hier gehst du so in den Park und egal, wer dort ist, sobald dir einem Hund entgegenkommen, sind die Leute einfach nur glücklich. Das ist so, juhu, ein Hund. Ich dachte ja immer, Ivy hat wirklich den Vorteil, dass sie hübsch ist. Manchmal läuft sie so quer über eine Decke, wo Leute gerade ein Picknick haben. Und ich glaube, wenn sie so ein richtig hässlicher Hund wäre, würden die Leute viel aggressiver reagieren. Aber bei ihr sind sie immer so voll entspannt. Hier ist es sowieso so, dass die Leute einfach Hunden gegenüber immer happy sind. Okay, und noch eine letzte Sache, die besonders Mick und mich sehr, sehr, sehr betrifft. Also Mick ist ja ein riesen krasser Musical-Fan und das ist natürlich das Paradies hier. In Deutschland ist es ja irgendwie so, es gibt so ein paar Musicals und die bleiben so 5000 Jahre. Und du zahlst dich tot, wenn du ins Musical gehen willst. So, das ist immer ein richtig, richtig fettes Event, um ein Musical zu gehen. Und hier hast du einfach Musicals an jeder Ecke und auch immer wieder neue Musicals. Und das ist total integriert in der Gesellschaft hier so. Ganz viele Jugendliche gehen einfach ins Musical, weil sie es einfach feiern. Das gehört einfach zu der Kultur und Mick ist natürlich so. Okay, to be fair, wir haben erst ein Erlebnis damit gemacht. Aber es gibt hier so ein Kino, das heißt Odeon oder Odeon. Und das ist direkt am Leicester Square. Also es klingt so, als wäre das schon voll das fette Riesenkino so, ne? Ja, wir waren letztens da und haben einen Film geschaut und oh mein Gott, ich war sowas von enttäuscht von diesem Kino. Der Screen war einfach so groß wie ein großer Fernseher. Ich dachte so, what the fuck, das ist Leicester Square. Am Leicester Square sind die ganzen Filmpremieren. Alle Stars sind immer dort und dann, was, gucken dann die Stars ihre Filme auf so einem kleinen Kackbildschirm oder was? Ich war mega disappointed und ich gehe richtig gerne ins Kino. Wir haben uns jetzt gerade wieder so eine Unlimited Card geholt und ich hoffe, für ein anderes Kino, dass das einen größeren Screen hat. Sonst weine ich. Noch ein lustiger Funfact. Irgendwie 80% der Leute, die wir bisher hier kennengelernt haben, waren schwul oder lesbisch und ich weiß nicht warum. Okay Leute, ich habe noch ein paar mehr Sachen aufgeschrieben, aber ich glaube, das sprengt den Rahmen dieses Videos. Wenn euch das interessiert und ihr noch mehr über Unterschiede zwischen Deutschland und England erfahren wollt, dann schreibt mir das gerne in die Kommentare. Wenn ihr selber Erfahrungen gemacht habt, dann lasst mich das auch gerne wissen. Checkt auf jeden Fall noch Yannick aus, der mich momentan immer bei den Videos unterstützt. Er ist ein cooler Dude und er freut sich auch, wenn ihr seinen Kanal abonniert. Und dann hoffe ich, dass ihr Spaß mit diesem Video hattet. Wenn ihr nichts mehr von diesem Scheiß hier verpassen wollt, könnt ihr natürlich gerne auch diesen Kanal abonnieren. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein Leute, bis dann!